Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ripley, wir sind im Marshal-Büro. Gehen Sie einfach oben auf der Treppe rechts. Es ist nicht zu verfehlen. Kein Empfangskomitee? Kommen Sie einfach hoch. Waits, Ende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Beruhig dich. Wir sind jetzt sicher. Waits hat einen Plan. Ein Plan? Ein Plan? Wirklich? Seine verdammten Pläne haben uns bisher nicht besonders geholfen. Waren Sie das? Haben Sie den Transit zum Laufen gebracht? Vielleicht sind wir hier sicher. Gute Arbeit. Zumindest vorübergehend. Wie geht's Taylor? In stabilem Zustand. Sie ist bald wieder auf den Beinen. Samuels ist gerade bei ihr. Okay. Sie haben den Transit in Gang gebracht, Schätze. Wir sind quitt. Wo steckt Ricardo? Bereitet unsere nächsten Schritte vor. Hören Sie, ich bin beschäftigt. Marlo sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit ihrem Flugschreiber rumgelaufen ist. Wo ist Marlos Schiff? Die Anisidora? Die hat er in Parkbahn um den Gasriesen gebracht. Der Scheißgerl will uns nicht die Betriebscodes geben, um sie per Autopilot hierher zu bringen. Vielleicht können Sie mehr aus diesem Idioten rauskriegen. Sprechen Sie mit ihm. Sprechen Sie mit ihm. Marlo? Wer fragt? Ich bin Ripley. Die Firma hat mich geschickt. Schon für den Flugschreiber hier? Ihr seid ganz schön eifrig, das kann ich nicht abstreiten. Ich bin aus privaten Gründen hier. Meine Mutter war auf den Nostromo, als sie vor 15 Jahren verschwand. Tatsächlich? Verdammt. Also, scheiße. Wer hat mir Schiff nie gefunden? Ripley. Nur den Flugschrauber. Aber Sie haben ganz klar was anderes gefunden. Was ist da draußen passiert? Ich muss hier raus, Ripley. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Legen Sie einfach los. Ich will alles wissen. Ich will alles wissen. Punktcheck. Können Sie mich hören, Luis? Es rauscht ein bisschen, aber wir hören Sie Marlo. Machen wir langsam. Ich will das Signal in einem Stück erreichen. Wenn Sie ein Stück wollen, Foster. Habe ich hier was für Sie? Ich habe leider keine Lupe dabei, Haste. Okay, genug jetzt. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ich will keine Fehler erleben. Ah, na also. Foster, Meeks, haltet eure Augen offen. Verstanden. 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 Hier drüben wird das Signal stärker. Und wie das ist das große Ding? Das Ende der Weg kriegen wollte? Ich weiß nicht mehr als Sie. Außerdem dachte ich, Ihnen macht diese Arbeit Spaß. Was? Denken Sie nicht an die Zukunft? Ich kümmere mich um das, was direkt vor mir liegt. Ich kümmere mich um das. Ich werde mich mal nach Schwachpunkten umsehen. Warten Sie hier. Da komm ich nicht hoch. Hey, ist hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Hier ist ein Durchgang. Ich seh ihn mir mal an. Wenn Sie nicht zurückkommen, dann warten Sie eben länger. Ich bin hier drüben. Ja, alles klar. War ganz schön knapp. Ich glaube nicht, dass ich den gleichen Weg zurücknehmen kann. Lassen Sie einfach auf sich einmal verstanden. Ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich habe einen Riss im Felsen gefunden. Bereithalten. Ich jag das Ding in die Luft. Ich bin hier drüben. Los gehen wir. Folgen Sie mir. Aced, hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Helfen Sie mir. 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 Helfen Sie mir.